Hey Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute mal das Spiel Rush mal spielen auf dem Server Dust MC. Der, also D.I.P. wird für immer in der Beschreibung sein und ja, ich hoffe es wird ein sehr lustiges Spiel. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so oft gespielt. Ich habe mal Beast Mode, was eine Ähnlichkeit ist, hier mal drauf gespielt. Ähm, wir werden mehrere Sachen heute auf diesem Server machen. Ich hätte eigentlich zwei Sachen geplant. Einmal eine Runde Rush und einmal noch eine andere Runde auf einem anderen Spiel. Das weiß ich halt noch nicht, welches Spiel. Und ja, da würde ich auch mal sagen, geht es jetzt auch mal los. So. Und wir werden jetzt erstmal ganz schnell farmen gehen. Wir sneaken, dass wir schneller dran sind. Und, naja, ganz viele haben das Spiel verlassen. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Alter, ich kriege nichts. Eisen, Hör, Truhe. Ich muss halt bedenken, dass es halt am Ende ziemlich viel Bronze geben wird. Ah, ja, 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 ja. Perfekt, damit können wir schon mal zweitbestes Schwert kaufen. Das ist doch mal nice. Wo ist es denn? Hier ist es Schwert Level 2. Restliche Rüstung auch noch. Also fast. Ähm, das hier. Und das. Panzer müssen brauchen wir erstmal Silber für. Ich glaube, jeder hat mal Rush gespielt. Da ist ja schon ein Silber. Dann holen wir uns mal die nächste Chessplate. So heißt sie halt. Äh. Und wir müssten mal unseren Diablock schützen. Ich holen jetzt erstmal die Armor Level 1 und gleich mal Blöcke. So, da freut sich der Wettlaufbewohner. Und dann werden wir das jetzt erstmal zubauen. Weil wenn der Diablock abgebaut ist, ist es so sagen, wie bei Rush of Craft Games, das Bett da, das Spawn-Dings weggemacht. Und dann braucht man nur eine nur noch einmal töten. Und dann ist er für immer tot. So, dann bräuchte ich mir eigentlich erstmal eine Spitzhacke. Da hinten ist Gold. Ich sehe Gold. Ja, da können wir uns einen Bogen machen. Und Eisen. Ja. Gut. Dann sparen wir jetzt nochmal ein bisschen Eisen auf Level 3 Schwert. Und halt auf die beste Armor. Dann holen wir uns jetzt mal hier eine Holzspitzhacke. Und ich mach mal diese nervigen Dorfbewohner aus. Und hier Kreaturen aus. Ich warte, ich will mir die Äste machen. Hey. Bau das zu. Ah, er macht das mit Einstein. Wenn man den langsam abbauen kann. Clever. Wir machen das jetzt nochmal eine Dings höher. Das wäre besser. Und eine Tür müssen wir auch noch machen. Ne, wir machen es einfach so. So, dann fangen wir schon mal an, uns einzubauen. Nein! Alter! Läuft bei mir! Alter! Jetzt bin ich sofort rückstorben. Wie scheiße ist das denn? Alter! Scheiße! Wir sind ganz von vorne wieder anfangen. Naja. Wir sind ja Rückschläge gewohnt. Da sehe ich eh wieder ein Gold. Haben halt halt genauso viel wie vorher. Dann holen wir uns wieder eine Level 1 Armor. Dann hier das hier. Schuhe, Hose und Helm. Ich würde gerne noch 3 Gold noch haben. Hm. Alter! Läuft bei dem! Okay, neue Blöcke. Und dann jetzt hier noch. Äh, Spitzsacke aus Holz. Zack. Die kommen nach da. Da ist, glaube ich, ein Silber. Yep. Dann können wir uns das Level 2 Schwert holen. Tun das Level 1 Schwert da rein. So, dann werden wir noch mal ein wenig farmen. Ein Silber. Man kann hier nämlich auch Goldäpfel kaufen. Dann werden wir uns jetzt hier Goldäpfel kaufen. Und dann werden wir die richtig abzocken. Wir werden die so mega... Ja, was heißt durchknallen. Durchabziehen. Ein Gold, ein Gold! Dann warten wir halt noch ein wenig auf das Gold. Dann können wir uns nämlich ein Bogen kaufen. Alter, Jungs! So, diesmal sterbe ich aber nicht. Das sag ich euch. Jetzt machen wir uns dann schon mal weiter zur Base. Oh, Entschuldigung. Ähm. Hier sind... Hier ist die Zahl. Was ist denn? Warum schaust du mich so an? Äh. Egal. So, jetzt müssen wir uns rüber bauen. Ich weiß jetzt nicht, wie... Ah, da hinten... Oh, die haben alle Bögen. Die haben alle Bögen. Dann mach ich mir jetzt mal... Hier eine kleine Zwischenbase. Läuft bei denen. Die haben alle schon. Alter. Sind die gut drauf heute? Ha. Eine kleine Base. So, dass man hier auch nicht runterfallen kann. So ein kleiner Zwischenstopp. So. Dann bauen wir uns mal weiter. So. Der steht da immer noch. Ha. Guck mal nach dem Gold, dass wir uns mal ein bisschen... ...mehr kaufen können. Da ist ja schon was. Uh. Nur noch... ...ein Silber bis zum Level 3 Schwert. Hier ist ein Gold. Ja! Wir können uns den Bogen kaufen. Ist das ein Silber? Und das beste Schwert. YOLO. Was labere ich denn da? Ich meine, nice. So, das Level 2 Schwert kommt da rein. Level 1 Chissplate habe ich selber. Dann speichelt es halt auf eine größere Level Chissplate. Dann holen wir uns mal einmal einen Bogen und einen Pfeil. So. Wir brauchen nur einen Pfeil, wenn er eine Unendlichkeit hat. Alter. Wie wäre es mit Kämpfen? Na, die bauen sich auch schon weiter. Aber ohne mich... Komm, der ist gleich tot. Ich stirb doch endlich. Komm, stirb. Warum stirbst du denn nicht? Ich stirb doch endlich. Ich würde gerne mal wissen, was der da macht. Ah! Der hat eine Mauer gebaut. Kein Wunder, dass ich den nicht treffe. Komm, ich sniper dich weg. Warum treffe ich jetzt nicht mehr? Naja, scheiße. Ich muss mir ein Essen kaufen. Scheiße. Essen. Könnte jetzt natürlich mir... Ah, perfecto. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt. Davon können wir uns jetzt Goldäpfel kaufen. Und auch normale Steaks. Vielleicht noch einer. Warten wir noch mal ein wenig. Vielleicht können die das im Moment besser gebrauchen als wir. So. Dann müssen wir hier... Oh, was machen die hier denn gebaut? Oh Mann, ey. Ist das peinlich. Scheiße. Sie kommen! So, wir snipern jetzt von hier. Mal gucken, ob wir ihn treffen. Wenn nicht, bauen wir uns weiter. Yolo. Getroffen! Oh, komm, stirb doch. Habe ich irgendwelche... Alter! Dann mache ich erst mal zu. Ich muss erst mal regenerieren. Ich will jetzt aber dafür jetzt nicht einen Apfel aufgeben. Alter! Stirb doch endlich! Ich stelle mir anscheinend niemals. Ich verbrauche nur meinen Bogen. Ich verbrauche nur meinen Bogen. Ich fange mal hier drum. Ah, okay. Ich mach das lieber nicht. Okay, jetzt wird's ernst, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Treffen wir den nicht mehr? Warum treffen wir den nicht mehr? Ja, getroffen. Läuft bei denen? Alter, aber man sieht so aus, als wäre es eine Burg. Hör mal zu kämpfen. Oh. Die Schieße sind sogar von da schon. Wollt ihr mich verarschen? YOLO! Ah, Jungs! War doch klar. Wir sind tot. Komm, stirb! Ja, der ist down. Ich komme jetzt einen neuen Bogen. Und zwei Goldhäpfel. Hier nehmen wir jetzt 10. Und... Einen Pfeil. So, jetzt haben wir wieder Bogen. Und Level 3 Schwert. Und ich würde gerne wieder eine... Ah, Level 1 Armor. Und... Ich würde gerne noch mehr. Das ist Level 2 Armor. Die kommen wieder. Das sage ich euch. So, auf jeden Fall eine geile Runde hier. Ziemlich spannend. Finde ich sehr geil. Ich lasse mal hier... Das Gold da. Und nehme einen Goldäpfel... Apfel mit. Tot. Perfekt. Die sind down. Da kommen die Nächsten. Aber zu dünn. Okay, der hat keine Rüstung. Den können wir platt machen, wenn wir wollen. Ich mache es wieder, YOLO. Ja, der eine ist down. Der andere hat nicht viel. Also den werden wir locker umbringen können. Wo ist der denn? Ich laufe jetzt in die Basis von den... Der ist down. Der wird jetzt gleich auch down sein. Und die hier auch. Komm, stirbt. Ich hätte keine Spitzhacke mit. Das ist natürlich doof. Zack. Zack. Ähm... Level 3 Schwert. Das kommt weg. Hol' ich mir jetzt ne... Eine... Eisenspitzhacke. Mit der wir jetzt natürlich auch... Äh... Den Block da kaputt machen. Das war totaler Fehler von mir. Keine Spitzhacke mitzunehmen. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder mega viel Zeug. Ich bin gerade ziemlich aufgeregt. Ich hol' mir noch mal ein paar Goldäpfel. So. Was kommt da rein? Wir werden nicht aufgeben. Wir werden niemals aufgeben. Niemals kapitulieren. Hä? Team Orange hat gewonnen. Team Grün ist ausgeschieden. Super wird neu gestartet. Ah, wie geil. Da haben wir also gewonnen. Cool. Dann spielen wir jetzt mal eine Runde Bow Bash, oder? Survival Games? Nee. Wir spielen mal Bow Bash. Soll auch ziemlich geil sein. So. Mal Spieler weg. In die 13 können wir jetzt direkt. Das ist ja nice, nice Equipment hier. Naja. Oh, ein Parcours. Wann geht's denn los? Okay, na halbe Minute. Oh. Runtergefallen. Ja, also zu früh gefreut. Ist hier ein Parcours? Jump'n'Run? Nur der? Hey, Mann. Ich hab's mal geschafft. Ich weiß aber nicht mehr wie. Na. Mir fehlen die Worte. Für den ersten Baum auf jeden Fall. Ich bin so scheiße in Jump'n'Run. Okay, dann bauen wir jetzt mal ein paar Gläser ab. Dann haben wir ziemlich viele Gläser. Ich mach mal einen halben. Also ich mach einen Stack. So, jetzt haben wir auch das andere Zeug. Genau 64. Der baut sich schon mal da rüber. Eigentlich ziemlich clever. Ist das auf der gleichen Höhe? Ja. Oh, da war's. Da hat er schon zugeschlagen. Mal gucken. Von wo schießen die denn? Von da. Gucken, ob ich die da hinten abballern kann. Ja. Die kommen von da. Das ist meine Chance. Oha, das wollte ich gar nicht. Nein, das hab ich nicht ausgegeben. Das ist meine Chance, hier vorbeizukommen. Yolo, Yolo. Ach. Die sind gemein. Ich geh mal zu denen. Ich muss uns mal eine Wand aufbauen oder sowas. Danke. Und. Ja, der ist down. Der hat ein bisschen rumgeeiert. Die sind alle down. Das ist geil. Da sind wir down. Na ja, ich glaube, wir haben nur noch... Ah. Was macht der denn da? Ist das ein roter? Das ist ein roter. Und down. Ich hol dir ein Ding zu uns bauen. Okay. Ah. Die sind immer zu schnell. Das gibt's doch gar nicht. Ernsthaft. Bin ich schon so schlecht geworden im Laufen? Ja, das kann ich eigentlich genau richtig sagen. Hab grad eine Verletzung am Fuß. Das kann gar nicht richtig laufen. Ey, was war das denn? Ich bin ins Menü geschleudert worden. Ich sterb hier die ganze Zeit. Ich muss gern zu den anderen gehen. Ich muss hier durchrennen. Ich geh jetzt mal den anderen Weg. Alter. Dahinter steht ein roter. Da oben steht der. Deswegen. Ich hab das. Ja. Zwei Kills. Wird neunmal gestorben. Das Spiel ist vorbei. 13 Kills hat er. Heftig. Ich gebe nur noch eine Runde. Das ging eigentlich jetzt ziemlich schnell. Noch eine Runde. So. Diesmal in Team Rot. Bestimmt wird es jetzt Team Rot verlieren. Okay, dann gehe ich halt wieder in Team Blau. Tja, was machen wir denn so 39 Sekunden lang? Ich glaube, wir machen Jump'n'Run. Weil ich ja so scheiße da drin bin. Wow, wir haben es nichtmals auf den zweiten Block geschafft. Ernsthaft? Oh, scheiße. Da sind wir richtig abgekackt jetzt. Das hat keinen Zweck. Es hat einfach keinen Zweck, wie ich das hier vergeig... sind schon. Okay. Abbauen, 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 abbauen. Jetzt ungefähr wieder ein Stack haben. Okay, ich fange jetzt an. Ah, da sind Blöcke. Das heißt, wenn wir da runterfallen, haben wir vielleicht noch eine kleine Chance, um zu überleben. Okay. Okay, dann müssen wir... Nein! Hä? Ah, okay. Die Dinger werden gar nicht akzeptiert. Meine Maus spielt gerade total verrückt. Warte, ich gebe dir Rückendeckung. Warte, ich mache einfach so. Oha! Komm. Schneller, schneller, schneller! Sind gleich da. Ja. Neunbruch. So, mit auf sie auf gebrüllt. Mit gebrüllt. Schau mal, mein Sprachdings... Alter, der fliegt. Alter, hat der... Der ist geflogen. Habt ihr das gesehen? Der ist geflogen. Ich baller die mal hinten mal ab. Yay! Ihr könnt es nur einen abschießen. Ne, mehrere. Ah, Mist. Okay, nochmal eine Runde. Wow! YOLO! Alter! Hä? Achso. Ich muss mir wieder neue Blöcke holen. Alter! Wie weit fliegt man bei dem weg? Troffen. Rotpilz? Alter, das ist Rotpilz! Alter, Rotpilz! Das ist ja mal Hammer! Kennt ihr Rotpilz? Mal vielleicht hat der ja auch aufgenommen. Alter! Spielen gegen Rotpilz! Das ist mal ein geiles Match! Das ist ja mal geil! Hammer! Okay, wir werden aber nicht hier nicht rumschwarmen. Wir haben zwar Respekt vor ihm, aber wir geben uns nicht geschlagen. Er ist ziemlich gut im Bogen, hab ich gehört. Das sieht man hier auch. Oha! Yoioioioi! Jack überlebt! Der ist raus! Ich hab's am Skin eigentlich schon erkannt, aber es gibt ja auch ziemlich viele, die irgendwie einen Gomme-Skin haben und sind gar nicht so... Alter, wir werden hier niedergemacht von dem. Rotpilz hat gewonnen, er ist ja klar. Alter, aber das war mal ne geile Runde. Das war mal geil. Mal gucken, was da ist, ob der Rotpilz hier wieder ist. Nö, glaub nicht. Mach auch noch eine andere Runde. Oder? Na. Dann mal lieber nicht. Ich hab jetzt auch mal genug von euch für heute. Ja, das war's schon auch schon, Leute. Wie hat's euch denn gefallen? Wie fand ihr das Match gegen Rotpilz? Das war ein heftiges Match. Hab ich nochmal einmal umgebracht, ja. Also... Sind wir aber heftig von dem rum weggeflogen worden. Naja. Okay, Leute. Bis dahin und... Ja, lass mal ein Like da, ein Abo oder vielleicht... einen Kommentar, wenn ihr noch Fragen habt. Und sonst würde ich sagen... Bis zum nächsten Video. Tschö, tschö.